Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Ich denke, dass wir ziemlich am Schluss schon sind. Jake Baker haben wir jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal getötet. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bin tot, ich habe kein Heilmittel mehr, ich habe gar nichts mehr. Es muss nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ist es okay? Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht's? Geht's schon, ihr beiden? Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Wir sind ein zum Hause. Offenbar gehöre ich ihr. Tut mir leid. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen, der hier ist offen. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia. Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Irgendwas hat sie damit zu tun. Versuch's. Oh. Ein Schiffswrack oder sowas? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Shit. Okay. Ist doch noch nicht vorbei. Mami. Hier lang. Okay. Okay. Wir sind irgendwie auf so'n Schiffswrack jetzt. Fang besser an zu laufen. Trophäe erhalten. Okay. Ich würde sagen... Oh, nee. Wir haben nisch mehr. Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker anwesend aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich gerade so eine blöde Tablette da nehmen, dass wir die ganzen Items hier sehen. Aber wie können wir es nehmen? Okay. Hier geht's nicht weiter. Jetzt schauen wir mal nicht, dass wir irgendwie Munition oder sowas... Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay. Ich spiele jetzt gerade mit der Mia anscheinend. Okay. Na, wird das die mal geknackt. Oh. Das ist Ethan. What the fuck? Ethan! Ethan! Nee, oder? Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Schauen wir uns, wo uns der Weg hinführt. Okay. Alles komplett dunkel. Eine Lampe haben wir anscheinend. Vielleicht kann man hier irgendwie das Licht einschalten. Sicherungskasten. Scheint aber auch schon ziemlich hinüber zu sein. Will mal Elektriker rufen hier. Ich habe keine Knarren, nix. Ich hoffe, dass jetzt keine Gegner kommen, sonst bin ich nicht im Arsch. Okay, hier geht ein Weg lang. Da ist versperrt. Oh, der fuck. Was ist das? Boah. Alter. Was war das? Das ist immer noch Hallus. Halluzinationen. Irgendwas springt mir jetzt gerne an. Ich merke es. Ich spüre es, Leute. Boah, ich habe hier irgendwas kreucheln hier. Boah, was ist denn hier passiert? Ich muss hier irgendwie durch. Uuuuuh. Boah, was ist hier los? Ist nischt. Ist nischt. Irgendwas. Boah, gibt mir irgendwie ne Pumpgun oder sowas. Boah. Sie sind tot. Sind alle tot. Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel regest du? Der hat sie alle umgemacht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen nach dem Kippchen. Irgendwelche Wappen noch kippchen. Ich weiß nicht. Komm. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay. Was ist das hier? Ein Helm? Dann könnt ihr mich gleich aufsetzen. Kann man ja nix irgendwie packen von oben oder so. Oder so. Okay, was ist das? Hier geht es irgendwie runter. Wollen wir da runter? Müssen wir da runter? Ich weiß es nicht, Leute. Komm ich hier durch? Nee, okay. Es gibt nur den einen Weg. Dann müssen wir anscheinend da runter. Okay, gehen wir da runter. Ist mir egal. Okay, wir gehen da langsam in die Ecke. Die Soundkulisse ist, habe ich zwar schon öfters gesagt, aber ist einfach nur noch krass. Okay. Okay. Boah. Okay, wo bin ich jetzt? Okay. Okay. hier muss ich vor etwas schrecklichen versteckt haben sie sind nicht mein kind sie ist nicht mein kind cool ist okay ich hoffe dass ich jetzt bald speichern können oder sowas sie ist in mir sie ist in jedem diese nirgendwo was so so okay wir sind im freien das sofa lng tanker annabelle gebaut 1987 tragfähigkeit 71.000 länge 289 meter okay so waren die schiffsdaten wow was bist du okay 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 da geht eine leide hoch würde ich sagen gehen wir da mal hoch die kleine war die evelyn oder wenn es mich nicht täuscht ich will da nicht runterspringen wir müssen hier runter gibt es auch nichts gibt es keine waffen gar nichts hier gibt es nichts da ist er schon wieder du hast gesagt wir können eine familie sein wovon redest du da du hast gesagt warte bitte ich sage wir machen wir machen das ist das ist das hier ist nichts und wie geil ist das denn ein kraut können wir die kiste kaputt machen hier ich höre schon wieder irgendwas ok ich würde sagen wie es denn hier aber weitergeht schauen wir uns in der nächsten folge an wenn es euch ein bisschen gefallen wird natürlich über ein abo oder auch über ein like freuen und ansonsten bis zum nächsten mal euer andy